Ich will dich jetzt kurz vorzumäßen und anschließend spreche ich mit einem der Kasse auf der Erde sagen, das eine oder andere stimmt vielleicht nicht so ganz, aber vielleicht, das ist ja komplett richtig. Bitteschön. Und das ist eine Frage. Mein Name ist Florian Sitzmann. Und ich bin halt in meinem Lebenssportler. Als ich 15 war, habe ich meinen Tod vorbeigebauten. Und ich meine Lebenssportler.